Hallo, herzlich willkommen hier aus Berlin. Deutschland Premiere von Spectre. Herzlich willkommen in Böbien zur Kinopremiere. Ein Gruß aus Berlin. Wir sind heute hier im Sony Center mit Daniel Craig, mit Naomi Harris, mit Christoph Waltz, mit Barbara Boccoli. Es wird ein großer Abend werden, es wird ein großer Film werden. Viel Spaß. Ja, und was ich noch sagen muss unbedingt, der Mann, schaut euch den Mann mal an. Guck mal, der tauft dafür als Bösewicht, oder? Neuer Meister. Also ich würde dir vorstellen, der als Bösewicht. Super, toll, dass wir uns sehen hier. Geil. Dankeschön. Böblingen, ich habe so viele Partys da gefeiert. Ich begrüße euch alle. Ich will wieder da hin. Sehr gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Liebe Grüße hier von Bosshaus bei der Bond Premiere und in Böblingen, ne? Ja, richtig. Da ist auch mal so eine Premiere angesagt, so eine dicke Gala, Bond-mäßig hier in Spectre und kann da was gewinnen. Mit rotem Teppich. Ja, zu gewinnen. Ja, Hammer. Gibt echt tolle Preise. Mega. Gibt mich gut. Also, ich würde da mitmachen. Bis dann. Tschau. Danke. Er hat ein Nummer 1 Album in Deutschland. E-U-S zu fragen. Den Amazon. Den Amazon. Hallo. Hallo. Hallo Böblingen. Willkommen im Kino. So, jetzt gibt es den neuen James Bond. Enjoy. Habt ihr auch Popcorn dabei? Und Martini. Prost. Viel Spaß. Schöne Grüße aus Berlin. Ich weiß nicht, was ich rede. Ja, dann grüße ich ganz herzlich Böblingen. Das ist ja eine schöne Landstriche und lass es mal richtig schön krachen. Ja, geil. Super. Okay, schön. Vielen Dank. Danke dir. Viel Spaß bei der Galapremiere der Böblinger Kinos. Super. So. Ja, zur Feier des Tages haben wir uns noch mal so ein Wodka-Martini geschnappt. Sehr lecker. Schnipp-Schnapp. Äh, Andy. Andy steht hinter der Kamera. Ja, wahrscheinlich. Zum Wohl. Wir grüßen natürlich auch die Böblinger Kinos. Na, dann wünschen wir den Böblinger Kinos alles Gute und vor allen Dingen viel Spaß bei der Premiere. Und es wird großartig. Es ist ein toller Abend und ich wünsche allen viel Spaß. Alles Gute. Super. Gruß aus Paris. Geil. Hallo, mein Name ist Kalkofer, Oliver Kalkofer. Ich grüße alle Böblinger Kinos und die Menschen, die da reingehen und den Betreiber und alle, die hier mit zu tun haben, die sauber machen und sonstiges. Viel Spaß bei James Bond und bei allem anderen. Und auch wenn ich mal wiederkomme, auch egal bei was. Einfach viel Spaß. Schönen Abend. I wish you a lot of fun at Kino BB. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Böblinger Premiere von Spectre. James Bond ist sehr, sehr gut und rettet die Welt. Viel Spaß. Einen schönen Abend noch. Tschau. Diese Organisation. Wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Wissen Sie, wie sie heißt?